Willkommen bei NAH, dem Podcast der Energieversorgung Offenbach. Mein Name ist Romina. Heute haben wir unseren stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Olaf Nagel bei uns. Hallo Olaf. Hi Robina, grüß dich. Bevor wir ins Thema einsteigen, starten wir jetzt immer mit einer kurzen Fragerunde. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, fangen wir easy an. Skiurlaub oder Sommerurlaub? Beides. Okay. Nutella mit oder ohne Butter? Mit Butter. Richtig so. Homeoffice oder Büro? Büro. Zum Pastatag oder zum Schnitzeltag in die Kantine? Schnitzel. Und Kickers-Fan oder kein Interesse an Fußball? Nur der UFC. Super, danke. Jetzt kennen wir dich schon ein bisschen besser. Lass uns mal über deinen Werdegang sprechen. Olaf, beginnen wir am Anfang. Du hast 1996 deine Ausbildung bei der EFU begonnen. Ist das richtig? Das stimmt ja. 1996 ging es los hier mit mir in der EFU. Ich hatte da meine Ausbildung begonnen als Industrie, Elektroniker Richtung Anlagentechnik. Okay. Ist das quasi das Gleiche wie der Elektroniker für Betriebstechnik? Das ist das Gleiche. Ja, das ist das Gleiche. Okay. Und wie bist du auf den Beruf damals gekommen? Ja, durch meinen Vater. Ich kann ja ganz stolz sagen, ich bin die dritte Generation, aus meinem Opa war schon hier gewesen. Der hatte in den 50er Jahren hier begonnen gehabt, bei den Stadtwerken schon. Und dann hat mein Vater hier 58 begonnen gehabt. Und dann, wo ich dann quasi soweit war mit, ja, meine Schulzeit geht zu Ende, was machst du nach der Realschule? Ja. Dann sagt mein Vater, geh doch zur Stadtwerke. Also dann zur EFU. Papa, ich weiß nicht, jetzt ins Unternehmen zu gehen, wo du bist, da habe ich nicht so groß Bock drauf, weil jeden Tag den Papa noch auf der Arbeit zu sehen, ist das so prickelnd. Und dann sehen sie mich, alle die Kollegen, ach, da läuft dir der Junior Nagel rum, ist das so prickelnd. Wollte ich erst nicht, hatte mich dann auch woanders beworben gehabt. Aber dann durch viele Gespräche, auch mit meinen Brüdern und meinem Vater und komm, mach doch die Ausbildung bei der EVO und hier kriegst du eine gute Ausbildung und hier kannst so sehr viel Leben mitnehmen. Und ja, und dann zum Schluss war es so, dann habe ich 96 angefangen und war auch die beste Entscheidung, die ich streben konnte. Sehr schön. Ja, wie war die Ausbildungszeit für dich? Hast du irgendwelche besonderen Momente im Kopf? Besonderer, auch das Lehrjahr. Man kann ganz stolz sagen, dass wir doch das Lehrjahr sind, wo quasi von zehn Technikern noch neun da sind. Wahnsinn. Ja, das war quasi das letzte Lehrjahr, wo so viele übernommen worden sind oder noch da sind. Und halt, das war auch eine Megatruppe. Wir haben immer noch Kontakt, sehen uns auch fast übrigen tagtäglich im technischen Bereich, weil ja überwiegend alle in der ENO sind und dort tätig sind und man hat sich nie aus den Augen verloren und man kennt sich. Und ja, war eine schöne Zeit, hatten lustige Zeit gehabt, hatten auch schöne Ausflüge gehabt und Klassenfahrten und ja, auch die Lehrzeit hier in der Lehrwerkstatt und auch plus auch, wo man dann draußen im Außendienst war mit den Kollegen in der Ausbildungszeit, wo man überall rein schlufteln konnte in der Freileitung, im Kabel, im Heizkraftwerke. Das war schon lustig und sehr interessante Leute kennengelernt und ja, war mega. Gab es auch irgendwelche Herausforderungen, die du als Azubi erlebt hast? Du hattest mir da was angemerkt mit der Zwischenprüfung. Ja, die war nicht so berauschend, da bin ich auch ganz ehrlich durchgerasselt, was ihr ja auch in meinem Leben, aber dann geht es weiter, aufraffen und weiter lernen und ja, gehört dazu. Heute glaube ich, ist es ein bisschen anders, du musst sie glaube ich bestehen, um weiter machen zu können, glaube ich. Früher war es noch ein bisschen anders gewesen. Wie bist du damit umgegangen? Hat es dir irgendwie, war das dir damals egal oder hat es dich vielleicht aufgeweckt, dass du noch mal ein bisschen mehr Power? Das war ja schon ein bisschen für mich auch dann so ein bisschen, ja, für mich auch peinlich und das war auch ein bisschen ganz blöd, wenn man dann da sitzt und jeder bekommt dann bestanden, bestanden, bestanden und dann, ja, Nagel, nett bestanden, okay, okay, mitnehmen, mal gucken, was der Ausbildungsmeister sagt, was dann hier gesprochen wird und nee, das ist klar, das rüttelt ich nochmal wach und jetzt setze ich nochmal ein bisschen mehr auf den Hosenboden und mache ein bisschen mehr. Hat ja dann am Ende auch geklappt, oder? Mit der Abschlussprüfung bestanden und dann in den Fachbereich bist du gekommen. Dann habe ich 2000 Jahre fertig gewesen und dann bin ich in den Fachbereich rüber, bin dann gleich zum Sekundärtechnik rübergewandert, also Netzschutz-Sekundärtechnik und war dann quasi dann 14 Jahre da in dem Bereich hier. Was macht man da genau, was kann man sich darunter vorstellen? Das ist quasi die ganze Übertragungstechnik, Schutztechnik der Mittelspannungskabel, Hochspannungsfreileitungkabel. Heißt, kann man sich vorstellen, wenn man zu Hause den Verteilerschrank hat, zu Hause mit den kleinen Automaten, da wird ja die Stromleitung, das Kabel abgesichert in der Wohnung, sowas gibt es ja auch in den Schaltstationen und Umspannwerken. Das sind etwas größere Gerätschaften, die ja quasi auch die Leitung überwachen. Also so kann man sich vorstellen, das muss überprüft werden, gewartet werden, installiert werden, errichtet werden. Bloß auch die Übertragungstechnik heißt, wenn jetzt irgendein Schaltgegenstand geschaltet wird, ein Trenner, ein Lastschalter, ein Leistungsschalter, eine Schaltwarte, muss das ja gemeldet werden und die Übertragung nach meinem Jetzt muss erfolgen, das muss alles stimmen, das auch gesehen wird. Ja, okay. Und hast du dann in deiner Zeit im Fachbereich auch noch irgendwelche Weiterbildungen gemacht oder weitere Seminare besucht zu dem Thema? Ja gut, es ist die nahe Schule und definitiv, was jetzt die Leittechnik-Schutztechnik betrifft, hatte, bloß auch wo ich dann woanders noch war, aber hatte auch dann noch, 2010 hatte ich, das war auch eine schöne Zeit, mit drei weiteren Kollegen aus der ENO, die alle noch da sind, wir waren zu viert, war auch eine mega Unterstützung gewesen vom Arbeitgeber, wir hatten uns gemeinsam, wir vier uns ein Auto finanziert, hatten das hier stehen lassen können auf dem Werksgelände und sind dann quasi immer dienstags, einen Donnerstags, einen Samstags nach Darmstadt gefahren zu IHK und hatten da quasi dreieinhalb Jahre unseren Industriemeisterk, noch der Elektro. Und dann haben wir uns immer quasi nach der Arbeit, also unter der Woche dann hier getroffen, geduscht, hingesetzt, noch ein bisschen gelernt, Themen durchgegangen, was heute quasi im Unterricht drankommt und dann schön mit dem kleinen K rübergeheizt über die A3 nach Darmstadt und ja, das war auch mega, war eine schöne Zeit, war auch anstrengend, hat auch ein paar Körner gekostet, aber zum Schluss haben wir alle vier bestanden und waren da ganz stolz drauf und sind alle jetzt gut untergekommen. Ja, du bist ja jetzt heute als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender da. Vor 13 Jahren bist du dann als Nachrücker erstmals in den Betriebsrat gekommen, richtig, so circa? Ja, plus minus, ja. Wie kam es dazu? Was hat dich dazu motiviert, zum Betriebsrat zu gehen? Ach, motiviert war das immer schon. Ich wollte immer schon mitreden. Ich wollte auch immer meine Meinung kundgeben, wie es an der Basis läuft, was man vielleicht verbessern könnte und auch hören, wie auch die Arbeitgeberseite da argumentiert, wie sie das sehen, wie wir das als Arbeitnehmer sehen und wollte aber mit dabei sein, einfach mitreden und auch das zu verstehen, wie die Arbeitgeberseite es sieht, aber auch unsere Meinung vertreten, wie wir das sehen. Und dadurch, dass ich auch die dritte Generation bin, auch die große Verbundenheit habe im Unternehmen und ich kenne das noch als kleiner Junge, wo ich hier auf dem Parkplatz stand, wo früher die Tankstelle war, hat mein Vater noch über diesen ehemaligen Schlauch gesehen, der über das Gelände hier vom Gebäude 1 ins 2 gegangen ist und hat er gewunken und das ist so einfach eine Verbundenheit und man kennt das Unternehmen. In- und auswendig. Und man will ja auch, dass es alles bestehen bleibt und dass es uns gut geht und dass es dem Unternehmen gut geht. Ja. Ja, das war immer so mein Ziel und ja, dann hatte ich gesagt, komm, ich mach mal mit und dann war ich erst mal Nachrücker gewesen, ja. Genau. Und dann vor zwei Jahren grob bist du stellvertretender Vorsitzender geworden. Genau, genau, genau. Wie kam es dazu? Das kam dazu, dass ja unsere Kollegin, die Jacqueline Hitzel, die ist ja dann Mama geworden, dann ganz normal in der Mutterschutzelternzeit und für diese Zeit mussten wir quasi einen neuen Störvertreter wählen. Den hatten wir intern gewählt gehabt in unserer Betriebsratssitzung und bin ehrlich, hatte ich schon was genutzt. Ich habe Bock drauf, ich will es mal machen und will wissen, wie hier der Hase rennt, wenn man freigestellt ist und die Zeit möchte ich auch nicht missen, mega und ja, so kam es dazu. Ja, jetzt hast du gerade die Freistellung erwähnt. Wie war denn der Übergang für dich? Weil du warst ja draußen im technischen Bereich eher unterwegs und dann ins Büro. War das eine große Umstellung für dich? Ja, war schon eine Umstellung gewesen, weil ich war ja quasi die Freiheit gewöhnt, als Netzmeister draußen zu sein im Netz tagtäglich, also von zu Hause zu starten und ins Netz zu fahren und heimzufahren. Klar, auch hier runter zu kommen. War eine Umstellung, aber hat besser funktioniert als vor acht Jahren circa, wo ich auch schon mal gewechselt bin in den Bereich, sag ich mal, in die Firma, wo ich in der Anlagenplanung war, da hat es mir schwerer gefallen, diesen Switch zu machen, vom Außendienst in den Innendienst zu gehen. Aber dieses Mal war das reibungslos. Reibungslos, ja. Ja, sehr schön. Darf man denn schon fragen, wie es jetzt weitergeht, wenn die Kollegin Hitzel wieder zurückkommt? Ja, da ist jetzt quasi alles in trockenen Tüchern. Das ist alles schon jetzt klar für mich, was auch wichtig ist, dass ich weiß, wie der Weg jetzt hier weitergeht für mich, wenn StarClean jetzt wieder zurückkommt. Ich gehe jetzt wieder zurück in den Fachbereich ab dem 1.1., bleibe im Strom bei der INU tätig und werde quasi unter den Herrn Wegner tätig sein. Das ist doch schön. Sehr gut. Ja, was würdest du denn potenziellen Bewerbern sagen, die sich für eine Ausbildung oder eine Karriere in unserem Unternehmen interessieren? Hast du irgendwelche Tipps für die? Definitiv. Erstmal würde ich jedem raten hier, also wenn du jetzt anfängst bis nach der Schule, ein Praktikum zu machen. Das wäre der erste Schritt. Schnüffel mal rein, ob das was hier für dich hier ist. Wenn das was sein sollte, bewerb dich, komm hierher. Du machst hier eine wunderschöne Ausbildung. Du kommst in so vielen Fachbereichen rein. Du lernst die Erzeugung kennen. Du lernst den Netzbetrieb kennen. Du lernst die Straßenbeleuchtung kennen. Du lernst die Anbelanlagen kennen. Du lernst die Brandmelanlagen kennen. Du lernst fast jeden Bereich der Technik hier kennen. Und das alles, was ja noch vor uns steht mit den ganzen großen Projekten, die 110 kV, die neuerbaren Energien, der Umbau, Zukunft Wärme. Man kann hier so viel mitgestalten, so viel erleben, so viel mitnehmen für die Zukunft, dass du echt hier viel erleben kannst. Und ich rate jedem, auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis, da sind ja die Kinder schon im Alter, wo es jetzt losgeht mit, was mach ich nach meiner Schule. Ja, schnüffel dir rein. Mach dich schlau. Es ist sicher hier. Und die Energieerzeugung, Wärme wie Strom generell, es ist sicher. Ja, deine Familie zeigt es ja auch ein bisschen, oder? Ja, definitiv. Sonst wer steht hier und tut es nicht näher. Opa, Papa und du hier. Ja, und man muss sich auch überlegen, es sind ja auch jetzt schon bei mir 96 begonnen, also es sind ja auch schon ein paar Jährigen, wo ich jetzt hier bin. Und ja, ich kann es nur jedem raten. Sehr schön, das freut uns. Ja, dann sind wir schon am Ende angekommen. Ich danke dir für deinen Einblick in deinen spannenden Werdegang bei der EFO. Ich würde sagen, auf viele weitere gemeinsame Jahre. Ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.